Einen wunderschönen Tag liebes YouTube. Ich grüße euch zu diesem kurzen Kanal Trailer hier im Vlogger Room. Ich möchte nicht so lange rumschwatzen und rumquasseln, sondern ich möchte euch in dem Trailer einfach ein paar kurze Videos, ein paar kurze Clips von mir zeigen, damit ihr euch ein Bild machen könnt, was euch auf dem Kanal alles erwartet. Wenn euch das Ganze gefällt, freue ich mich natürlich über den Daumen hoch und damit ihr weitere Videos sehen könnt und nichts mehr verpasst auf diesem Kanal, klickt einfach auf den Punkt Abonnieren, ihr kennt das ja. Und ich wünsche euch nun ganz viel Spaß mit dem Video. Hallo YouTube, hallo, ich begrüße euch zum ersten Video auf meinem Kanal. Schlewitzi! Mit wie vielen Leuten hast du die Woche geschlafen? Geht euch ein Scheiß dringen. Kommen wir nun zum Kanal Spotlight dieser Woche. Lustige Geschichten in Vlogform. Viel Spaß mit Vlogger Room. Hinterfotzksluder. Einen wunderschönen guten Tag, liebes YouTube. Ich bin ein taffer Kerl, ich hab Mut. Ich geh ins Krankenhaus und lass mir das Knie spiegeln. Ja, und dann sagt er so, ja, deine Blase ist voll, ne? Ich sag, mhm, schön. Sag, ich bin da ab da Hüfte gelebt. Ich sag, äh, hm. Weiß nicht. Wenn du das sagst, wird das wohl stimmen. Ja, warte mal, ich hab hier jemanden, der kann das besser wie ich. Achtung. Hör sie fix, halleluja. Jesus, Maria und Josef, zie dirk nochmal rein. Eigentlich hab ich schon gewonnen. Wäääh. Und in der NKZ seht ihr dann dementsprechend weh. Äh. Und ich darf mir wohl noch, wenn ich das richtig verstanden hab, Mh. Ich bin so schlecht im Singen, dass ich euch da eine kleine Kostprobe geben muss. Äh, 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 ähm. So üblich, ich hab mir auch keine Ahnung. Ich auch nicht. Gewonnen hat... Flakkaroon! Juhu! Das ist quasi der Mario. Super! Es gibt so Momente, da denkst du dir einfach so, mag, geht's euch noch ganz gut oder was? Alter, meine Sonnenbrille. 500 Euro. Mein Armband, ne? 1.000 Euro. Meine Penisvergrößerung ist für umsonst. Und du bist auch so klein und süß und knuffelig und knuddelig. Dürfen wir auf YouTube Bier trinken? Äh, da war einfach. Kaut und Gschwerl. Siehste? Geht gleich viel besser. So, meine lieben Freunde. Ich hoffe, ihr habt das Video hat euch gefallen. Hier in der NKZ findet ihr dann mal Links zu ein paar Playlists, beziehungsweise zu zwei und die Links zu den Social Netzwerken beziehungsweise zu den Social Media Profilen, wo ihr mich finden könnt. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns definitiv im nächsten Video. Also macht's gut, Nachbarn. Bis dahin. Tschau. Tschau.